Hallo und herzlich Willkommen! Diesmal bin ich dabei. Und zwar nur allein ich. Und ich spiele jetzt... Was? Naja, es ist immer... Ich habe nichts gemacht. Hier, du kannst jetzt... Ich hätte schon mal angesagt, dass du spielst und nicht ich, sondern... Achso, ja. Das ist ganz nett. Das ist sehr nett, dass du das angesagt hast. Und was machen wir heute? Ich darf ich eins ausruhen und ich suche eins aus. Such du dir mal eins aus oder mehrere Reihen. Das ist ein bisschen wenig. Äh, 12 Angry Tests. Das klingt dir schon sehr angry hier und... Ja, das ist etwas für dich. Für einen harten Mann, der kein Mann ist, sondern... Ich kann das nicht so... Ne, du bist kein Mann. Oh, das ist mal ein anderer Lerin aufprogramm und keine Pause gegangen. Das war hier. Fernseher. Und wir sind endlich mal nicht... Wir sind endlich mal nicht in diesem Testkram. Ja, guck dir mal. Weitere Strand. Weitere Düste. Ich weiß, wie ich weiß ist. Irgendwie... Hm. Ist das eine Lampe da? Ja, ist eine. Ja, dann... Oh, wir können hier durch. Ja, das ist... Wartet. Nein! Nein! Das ist nur... Fake! Das war nur eine Attrappe. Alles ist eine Attrappe. Nein! Ich schiebte deine Arte, warum... Weil ich fragte, warum ich dengeblübte. Ich bin doch sehr laut, auch wenn ich ein bisschen leiser gemacht habe, aber... Ich mach ihn gern nochmal leiser. So reicht. Ach, okay. Wir sind doch noch. Und wieder ist alles ganz gut. Was war das? Was war das? Wieso springst du über eine Treppe? Achso, das ist der Treppe. Wir haben wieder abgedacht. Hier ist irgendwas runtergefallen. Ich könnte hier rutsch werden. Ah, fast. Bisschen schräger wär dann. Oh, sonst bin ich nicht mehr zu draußen gegangen. Oh. Oh, ein Fake! Warum sind die Untersiedler an? Ich lass die einfach mal an. Oh nein, das ist nicht, das ist nicht. Äh, ich würde an deiner Stelle... Ich bin ganz, ganz... Ich würde abhauen. Ich hoffe, es passiert nicht weiter. Oder? Sicher? Ich geh einfach raus! Ich geh einfach raus! Jetzt kommen so Quarker von oben. Ah, okay. Ähm, ich glaub, wir sind alle hintereinander, deswegen... Machen wir mal an. Wollen wir direkt demnächst machen. Twelve Engine Tests, Part 2. Wie auch beim anderen, ich weiß nicht, ob es im Moment schon mehr gibt. Ich hab ewig nicht mehr, äh, Maps gedownloadet. Ich bügel hier die, die wir schon haben. Oh ja, und jetzt hab ich auch ein neues Intro gerade gemacht. Gerade im Moment fertig gekriegt. Und bald gibt's eine Überraschung über einen Next-Town. Mhm. Und ich mach's halt mal so, dass dieses Video schon heute rauskommt. Also keine massenhafte Footproduktion. Was macht das hier? Was macht ihr vor sich? Oh, ich erinnere mich. Können wir hier drauf schauen? Wollen wir uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Erstmal hier einen Laser und... Okay. Der ist natürlich schon mal die Tür, wenn der Laser hier reinkommt. Okay. Ich erinnere mich an dieses Gehasen. Okay. Was macht der hier? Der macht wahrscheinlich dann das hier? Ja. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Okay, dann wollen wir doch mal, ähm, auf hier die Möglichkeit. Ja. Ja, aber hier hast du... Was genau hat mir das jetzt ge... Ah, okay. Ich glaube, ich weiß das. Nee, jetzt ist es weg, ne? Hm, hm. Achso. Nee. Kein Problem. Hier alles umsetzen und da alles umsetzen. Ganz problemlos. Den anderen dürfen wir hier rausholen. Beide. Ingo. Beide nicht. Sonst komm ich hier nicht zurück. Leg ihn mal durch. Leg ihn mal durch. Leg ihn durch das Portal. Ja. Und das geht zurück. Ja. Jetzt ist das Portal mal hier. Orangene, ja. Orangene. Orangene, meine ich. Das tut mir leid. Grauenhafte Deutsch. Orangene. Das ist schon richtig. Das war mit lila, das, ne? Das lila und rosa und nicht das lila und rosa. Wurde mal schauen. Wurde mal schauen. Wurde mal hier ein bisschen platzieren. Wurde mal hier ein bisschen. Was hab ich hinterher? Ist das hier überall? Nee. Wurde grad sneaken mit. Du musst sneaken. Ich weiß nicht wie ich sneaken. Du musst steuern. Steuern? Ne? Egal, ich weiß nicht. Ist nicht steuern wie bestimmt? Achja, klar. Shift, shift. Andere shift. Bist du noch so gewohnt von deiner Meintuchung? Ja, ich hab die Meintuchung auch ein bisschen. Ich hab nachdem ich Meintuchung, ich will die auch ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Also, wir müssen das hier. Achso. Hm? Ja, passt jetzt von hier. Keinesfalls. Aber ich hab schon eine Idee. Natürlich. Ja, verrutscht. Ich bin halt ein bisschen ähnlich. Ein bisschen? So. Jetzt kommt den. Und? Rieselstisch. Ja. Und wir haben's geschafft. Oder doch noch nicht. Ich geh weiter. Nach ewigen Zeiten. Hm. Weiter. Da würd ich nicht trauen. Okay, ich denke, man kann da schon raus. Aber ich denke mal raus. Es sieht nicht nett aus. Hilfe. Also, das ist erschrecklich teilweise. Die geht gleich auf. Keine Angst, oder? Okay, anscheinend doch nicht. Aber dann muss ich schauen, was hier unten ist. Ah, hier gibt's Portalflächen. Hm. Jetzt wissen die mal gut. Oh, über dir. Hinter. Nein. Sondern nicht. Was war das? Ach, das war's. Komm, vielleicht kann ich hier irgendwie durchschießen. Vielleicht kann ich hier irgendwie durchschießen. Die geht nicht auf. Ist das? Okay. Wo wir da mal... Ach! Okay. Hm? Ich glaub ich mag mich das zu erinnern. Oh! Hehe. Es ist mega dunkel. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Zu aller Noten guck ich mal, ob ich es irgendwie nachbearbeiten kann, dass es heller wird. Was haben wir denn hier? Diese Kammer werden wir bekommen. Ja. Zum Glück müssen wir sie nicht bestreiten. Wir sind ganz klein raus. Sie sind aber auch ziemlich alt. Und das sieht ziemlich tödlich aus. Das ist total. Ist doch egal, ne? Das sah ziemlich sehr tödlich aus, wenn ich mal so betonen darf. Betonen? Ich bin mal, sonst wo themen kann. Also wenn du' liest später mal spielen möchtest, sag nur nur ruhig Bescheid von uns kann man diesen Partner wegführen. Und mal schauen, also der Wolf muss noch was ist. Ja aber zuerst sollte dieser Wolf von meinem Leben umgehen. m ich ich okay ich aber das war ja schon vorher so ach so ich hab das ich hab das wir müssen hier also leg einfach erstmal den Würfel beiseite Moment Moment wir müssen die erstmal hier hoch jetzt erstmal wieder her hier wollen wir hin mhm das bringt rein gar nicht wenn ich hier durch geh ne ich mein es schaltet nicht siehste mal hier hätten wir auch so hin gekonnt wobei ich kann mich hier oben auch ein Tal hinsetzen und was bringt das hm ich würd grad sneaken dann kann ich von hier oben irgendwas beglocken kann ich den soviel irgendwie durchfallen lassen ist der Boden so hm ich kann ihn erholen wenn ich ihn da voll hinlege ne soviel soviel wenn ich ihn hier hinlege ja dann kann ich doch hier durch gleich schießen ne das ist klar aus ach so das kann ich nicht schießen ne ach okay ähm bitte auf noch durch ja hehehe gute frage hier irgendwie durchläutern mit Wucht das Glas zu brechen das ja noch hm hm geht denn nur warte ich hab noch gar nicht probiert ob dann nur das hier aufgeht oder? oder gehts natürlich auch das hier auf? äh damit wir das ganze Rett so gelösen werden das wäre unnötig stimmt also jetzt kann ich ja erstmal den hier herholen oder? ja du kannst jetzt einfach halten und ich bin so doof in Deutschland wieder gegen Laser das macht doch Freude so und jetzt genau mal gucken das ich aha hm Laser irgendwie hier reinbekommen ah Simona du musst mal nochmal mit dem Würfel runter hier runter? ja dann hier rein du musst gleichzeitig jetzt nochmal durch komm mal ein bisschen an die Seite dann geht das schon so so und das Portal jetzt so setzen dass genau äh das war das richtige Portal also nochmal also du musst jetzt erstmal den Würfel wegnehmen damit du wieder oben einen Würfel herunsetzen kannst so 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 und jetzt das so 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 das ist das es braucht den Städten wird er zu tun die Bedeutung wir haben es geschafft das trifft der Kerl Ja, ich hab die irgendwann mal gespielt, aber ich hab die auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. So, das war's für diese Folge. Denkste? Oh. Sieht aber aus, als wäre gerade irgendwas passiert. Haben wir denn noch einen? Wir haben vier Teile davon. Sollen wir die alle mal durchspielen in dieser Folge, oder? Ja, kannst du mir mal ganz kurz mein Getränk geben, von dem ich nicht die Marke verraten möchte? Ich möchte keine Schleichwerbung für Limonade machen. Ich stelle mich. Zwölf Angry Tests, Part 3. Das war jetzt ein Gemisch aus Deutsch und Englisch. Hilfe. Ja, wir sind gerade mit dem Auto abgestürzt. Stimmt. Oh, Harry, es geht um den Untergrund. Ich mag den Untergrund nicht, das kann ich direkt mal sagen. Draußen hat's gar nicht so behagelt. Oh, das sieht nach einem großen Löffel aus. Ernsthaft? Ernsthaft? Gerade fragst du selbst noch Ärzte. Ich wollte gerade sagen, es ist nur dunkel hier. Und im Moment fällt er schon irgendwo runter. Also, hier ist sie auch. Hier sieht nach Weg aus. Kann ich hier drauf? So. Ah, ich sehe da wieder was. Also. Keine Puppe. Aber das ist auch kein Problem. Oh, jetzt kommen die Bilder ins Spiel. Nicht, dass du nachher noch blau wirst. Keine Sorge. Da bleibst du drauf stehen. Überall? Egal wo ich stehe. Ja. Warte, dann warte ich noch was. Ah. Kann ich hier nicht. Zoom. Achso. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gespielt habe. Aber ich hasse Untergrund leider. Merde. Komm mal, drüben nicht hin. Das bringt nichts. Du hast. Das blaue Gild. Oh ja. Kann ich hier auch stoppen. Kann ich hier auch stoppen. Das ist so an einem Minecraft Map. Ja. Das ist so. Das ist so ein eigenes Minecraft Map. Die ist keine persönliche Fläche, ne? Von mir doch mal. Ja. Was? Ja. Welche kannst du eigentlich? Sonst ist es so weit, dass es geht. Okay, erstmal hier lang gehen, ne? Okay. 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 Hier muss ich dann ... Wobei vielleicht ist das gar nicht so. In, speedy things go out. Hm? So ist das geil. Mach doch erstmal freier Fall. So. So. Okay. das ist im freien Fall das passt nicht da müssten wir schon welches Portal muss ich ansetzen? Ich muss die eigentliche Orangene da hinsetzen, damit ich dann hier rein und hier raus rutschen kann Ja, aber da musst du rückwärts sein Richtig rum und jetzt Ja Ok Ich geh mal von der Seite jetzt ich bin ich bin ich ich die ich bin es jetzt dass sie jetzt schon erreicht und hier erst im Laufe die Ja. Genau. So, und jetzt kann ich... Und jetzt das Orange... Hier hin. Dann gehst du mal ganz kurz ganz normal durch. Okay, das ist ein bisschen schneller, wahrscheinlich doch. Okay, jetzt kannst du nämlich das Blaue hier oben hinmachen. Das Blaue. Okay. Da hab ich gar nicht gedacht. Ja, ich auch. Das ist das. Hm. Komm, wir warten, wir können es aber auch schon. Ja. Schau mal. Ach so, und dann recht, okay. Aber diesmal musst du warten. Geh nicht durch. Geh dahin. Und schieß das von Tani jetzt doch mal so rum, dass links knickt wird. Ich lasse mich hier und dann. Äh, andersrum. Also war es schon, dass du hier bist. Nein. Es ist jetzt wieder so wie eben. Ja. Du musst. Ja. Ja. Nee, bleib so. Nein. Das ist schön. Ich könnte es aber so schaffen, denke ich, ne? Ja. Mal probieren. Ich kriege gleich erstmal in den Schulterfalle. Und noch ein bisschen Anlauf. So. So. So, die Bieter brechen aber gerne zusammen. Nee. Noch nicht. Das ist mal so. Die machen mal so was von Angry. Zwölff, Angry, Twelze, Twelf, Angry. Sie können auch sonst. Aber was nächstes Mal machen, ich weiß es nicht. Also, ich hier aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob das auch so interessants ist, ne? schlicht ich denke ich muss nicht sagen hier raus das ist was ich zunächst mal probieren vielleicht fällt es uns ja beim nächsten Mal zu gehen so zum Start der Part hier so und dann danke Carat Carat für die wundervollen Testgang ja auch wenn sie schwer sind aber das macht ja eben raus das klingt auf jeden Fall interessant das heißt kann man auch vom Aufbau her und so und das Design her also was haben wir noch? oh ok ja toll den Haarselement in Ordnung ach da gab es irgendeinen Dreck ja das weiß ich noch hier irgendwie was denn und hier das jetzt das Orangene kommt da hin ja genau bisschen weiter glaube ich nach hinten noch ne doch schon da links das ist das Orangene auch wieder ne? ja ja dann kann man hier irgendwie rüberspringen ja ja und wie dann kommt hier auch wieder das Orangene ne das doch das Orangene und dann kommt hier auch wieder das Orangene ne doch das Orangene und dann kommt das Orangene dann hab ich nicht gedacht ich hätte erst drauf gemessen schnell das Orangene schießen müssen und dann ist das was du gar nicht kennst danke ach du komm dann nennst du hier genau mal hier orange ich denke dann jetzt immer orange ich denke dann jetzt immer nochmal ja eben hat's geklappt ich muss eben war ich auch was schneller ich weiß abwarten besser haben wir die Kurve ich fahre eben nicht genau kann ich hier stehen ja ok gut willst du machen so rum? ja würde ich gerade auch mal sagen gerne wie gesagt gib mir deine Stuhl gerne mal tauschen gerne mal tauschen wie gesagt ach sonst hört die einfach besser so Schnelligkeitsreaktionsspiel keine Ahnung knapp ja ich hab's ja auch noch nie gemacht ne war ja auch kein Vorwurf ne von daher gut das ist ja auch noch spät, kannst du ja oder? hat's ja bisher noch ja, ich hab's ja da ah, ok ja klar das mache ich ja mach's gut von mir aus hier dran dann haben wir uns schön getreißen bitte danke bitte an sowas erinnert mich noch halt man denkt immer erstmal es bricht zusammen hier ne so 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 einfach ok und das ist eben so das war kein Spoiler ich hab mich nicht mehr dran erinnert ich weiß hättest du dich erinnert oh nein jetzt hätte ich mich jetzt testen oh nein Turrets macht Spaß es ist du kannst aber daneben bleiben du kannst aber daneben bleiben sorry wow aber ich du die Maps kenne du hast jetzt ein Checkpoint erreicht beim Betreten dieser neuen ja Smash Merch. 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 Perk. Merch. 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 Wie will ich mich denn jetzt umschauen? Was? Er ist durchgeglitscht. Er ist durchgeglitscht. Er ist durchgeglitscht. Warum ist er denn so schlecht? Weil er runtergekommen ist. Nee, du gläst sie wieder raus, nur weil ich sneake. Jedenfalls ins harte Metz und lass dich schon mal geben. Oh. Vielen Dank, Würfelchen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Macht's auch, solange du Bock drauf hast. Sonst ist das, was endlich das halbeste Erhalt rufst. Ach so, jetzt weiß ich, was ich mit dem Waffen machen muss. Ich dachte, ich müsste mich damit vor den Ton schützen. Was durchaus ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Böse aber... Böse aber könnte auch... Anstatt jetzt nur, dass man sich einfacher macht, ein fester Bestandteil gewesen wäre. Ja. Aber es passiert. Genau, das ist das Problem auch. Es wurde extra so geblieben, dass es nicht passiert. Und was hat es gelaufen? Hier, hallo. Etwas zu schuldig. Ah, okay. Und was mir dann... Und nein, ich bin nicht derjenige. Oh, ja. Ja. Da ist der kleine Territ. Hattest du deinen Hut auf? Ha! Das ist ein Teil. Er hat einen Hut auf. Ja, und ein bisschen Teil wurde eingebaut. Ja. Du hast da den einen Würfel... Nimmungswürfel gesehen. Wissen. So gesehen. Irgendwie... Ah, den hat er! Knopf rausgebracht. Nein. Das hat doch der... Ah ja, stimmt. Wissen, dass du da hin kannst. Genau. Dass du jetzt? Endlich. Schöner Hut. Der ist da doch geflogen, der Hut. Ist da weg. Wohin willst du uns? Warte. Brauche ich den Würfel? Überhaupt, ich lege ihn erstmal hier hin. Ist mir nicht sicher. Kann auch sein, dass er wirklich rein für den Turret gedacht war. Weil sonst kommt man nicht weiter. Aber nicht schon nicht. Ja, das war kein Fall. Ja, nicht schon nicht. War kein Fall, wäre das möglich. Ich brauche den Würfel. Ich würde dich jetzt anrufen. Ich habe den Würfel. Ich bin auch einig. Du bist die mal. Genau das sollte geklappt werden. Nein. Dann kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Kann eh die Klatsche ausgeschaltet werden. Das ist die inerreichbaren Größe. Hör angesagt, die ich nur erreichen kann. Ja. Eier. Den ich nur erreichen kann, wollte ich gerade sagen. Aber du bist ja lediglich schwach. Ja, na. Genau. So weiter du in dem Test du machst, bist du auf jeden Fall gleich gut. Ja. Ich weiß, ich kann ihn nicht nehmen, wenn ich nicht rausstehe. Nein, nein. Versuch mal etwas, die nehmen, worauf sie gerade steht. Sehr, sehr schwere Sache. So. Hast du das gemacht? Ah, okay. Jetzt soll ich mal ganz schnell gehen. Laser ID, Doppel ID. Doppelfunktion. Doppelagent. Oh, oh. Ich weiß nicht, wie weit er gespeichert hat. Ich fühle dich. Ich bin echt gespannt, wie weit er gespeichert hat. Ich bin echt froh. Noch mal danke an den Karten. Karret, Karret. Karret, Karret. Danke für den vielen Checkpoint. Karret, Karret. Danke für die vielen Checkpoint. Er ist sehr gnädig mit uns, mit den vielen. Der springt nie gerade. Das macht er doch mit Absichten. Das ist ein unmögliches Level. Der Checkpoint ist dafür da, weil er einfach mit Absichten einprogrammiert wurde. Ja, wie soll ich denn anders über den Laser sonst drüber kommen? Das geht schon gerade. Ja, ja, ich hab's versucht. Na ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, da gibt's ja genug Checkpoints. Das ist ja... Ich denke, wir alle haben ja mal versucht mit dem... Also alle, die Pottles beigesicht haben, haben ja versucht, bestimmt auch mal mit dem Level-Editor da eigene Levels zu kreieren. Und ich denke mal, dass... Das ist doch schon irgendwie... Dann... Merkt man vielleicht schon, wie schwer das doch ist. Sich... ähm... Rätsel einfallen zu lassen, auch einfach. Ich... Also für mich ist es immer sehr, sehr gefallen. Ich glaube, ich... So... Ja... Der kreative Typ, muss es sein. Aber... Ich kann's nur bezeugen. Ähm... Trotzdem... Ja, ich weiß nicht. Also... Man ist trotzdem sehr... Man ist auch sehr... Es kann, dann... So gute Kreationen zu sehen. Und... Und... Ich hab' schon gedacht... Oh mein Gott, was liegt jetzt? Ja... Ich denke mal, wenn ich nicht... Irgendwas kommt jetzt das Ende und... Äh... Ja... Wir bedanken uns. Ich spreche auch jetzt, muss ich nicht einfach mit. So... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es ist doch so frier morgen. Es ist doch so frier, weil ich schon halb zweit. Aus den Ferien, der kommt an, dann sind die Teildimension und so. Ein bisschen anders. Auf jeden Fall, ähm... Alle Bewertungsformen, die es gibt, könnt ihr da lassen. Und ich weise auch kurz auf die Umfrage hin, die ich gemacht habe. Die ist... Einerseits als Karte, das ist so... Oben rechts in der Ecke dieses I für Infosymbol. Ihr könnt nicht auf den Untergrund der Beschreibung. Ähm... Eine Umfrage verlinkt. Ähm... Die könnt ihr gerne mal machen, wenn ihr Lust drauf habt. Und... Ich lasse jetzt auch. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi! Tschüss!